Ah, zurück nach Fort Horses. Das war gute Arbeit. So, muss ich so laufen. Bin unterwegs. Freelancer, aus irgendeinem Grund haben die Scar noch mehr Arcanisten gefangen genommen. Bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Sie sollten die Arcanisten hier finden. Sie wissen, was sie mit den Scar tun müssen. Ich bin unterwegs. Sie müssen immer noch diesen Arcanisten helfen. Ich bin fertig. Keine Feinde mehr am Leben. Eine letzte Sache noch. Ich habe die Position eines Gestalter-Relikts, das zunehmend kritisch wird. Gehen Sie raus und wenden Sie es ein. Okay, ich kümmere mich drum. Das Relikt wird von Elementaren umgeben, die von der Geschichte kommen. Gestalter-Energie angezogen werden. Schnappen Sie sich diese Echos, um es einzudämmen. Also, ich swege ein, was sie mit dem Entrunken zu k Children und mit der ferien. Das war's. 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 Das war's.